Oh Gott, Alter, Tino, in welchem Kreis, was ist, ich hasse alles, was ist denn das jetzt? Na, du musst mal... Warum ist das jetzt schon wieder sexistisch? Was ist denn das für eine Scheiße? So, ist das schön. Tino, ich sitze hier gerade frühmorgens da, ne, und fresse meine Reste weg. Das ist ein gutes Gefühl, keine Essensverschwendung. Das würde ich niemals machen, niemals. Oh, mh, das schmeckt für den Flavor. Was gibt's denn Schönes bei dir? Super räudig, Alter. Ich habe mir einen Toast gemacht, ganz normales, standardräudiges Weißbrot. Mhm. Da so ganz lieblos eine halbe Paprika, so eine spitze Paprika, kleingeschnitten. Mhm. Und so vier nebeneinander, also so vier Streifen. Und dann viel zu wenig Käse drauf. Und da drüber dann noch so eine gerüstete Chili-Soße. Das klingt doch voll geil. Das ist so ein richtiges, ranziges Frühstück. Ja, meins ist immer so ähnlich. Ich habe auch mal Toastbrot, Weißbrot. Dann Spitzpaprika, die roten. Und, ähm, pikantes Paprika-Humus obendrauf. Oh, Tino, rote Paprika, du bist ja wahnsinnig. Jeder weiß doch, die grünen sind der Shit. Ausnahmsweise auch mal das, aber meistens leiste ich mir dann doch den Luxus der roten. Okay. Die schmecken am besten, tut mir leid. Aber gut, dass wir über Essen sprechen. Mhm. Sagt man nicht, über Essen spricht man nicht? Nee, Moment, das war Geld. Dumm. Mit Essen spielt man, glaube ich, auch nicht. Ach so. Und Essen verschwendet man vor allem nicht. Ach, stimmt, Tino. Darum geht es. Denn wir haben hier einen wundervollen Hörerwunsch vorliegen, liebe Leute. Und leider müssen wir den auch aus der Quarantäne-Zone raussenden. Die Umstände sind nicht ideal, aber für euch reicht's. Richtig, für den Brennpunkt-Internet ist das noch gerade gut genug. Wir haben einen Brennpunkt-Hörerwunsch bekommen. Von wem eigentlich? Von Jonas, nicht? Jonas, schön. Ich gucke jetzt lieber nochmal nach, nicht, dass ich falsch liege. Ach so, hier. Mein Handy liegt vor mir und ich spreche da rein. Ich bin so blöde. Du bekommst doch die ganzen Brennpunkt-Hörerwünsche. Ja, ja, aber der hat gesagt, der schreibt ja auch nochmal. Ach, der war das. Okay, also irgendwie kam auch an mich eine Nachricht. Aber ich wusste nicht mehr, wer das war. Ja, es war auf jeden Fall Jonas. Jonas, vielen Dank dafür. Essensverschwendung, schönes Thema. Bin ich auch ein bisschen drin. Wir fangen jetzt mal... Komm, wir gehen jetzt einfach mal mit der Brechstange in das Thema rein, Tino. Pass auf. Mitten rein. Mitten rein. Hast du jemals gekontainert? Gekontainert. Gekontainert? Ich war mal dabei. Also ich kenne jemanden, den wir beide kennen. Illegal. Polizei. Officer. Der hier. Ich habe nur stumm zugeschaut dabei. Eines Nachts. Und ich fand es schon cool. Aber ich habe selber nichts mitgenommen davon. Und ich habe auch keinen Bock gehabt, da reinzusteigen in den Container. Ich habe es mir angesehen und die Ausbeute gesehen. Und ich kenne sehr viele, die Containern gehen. Aber für mich ist das tatsächlich nichts. Okay, aber warum genau? Weil ich Geld habe. Du Asi. Ich kann mir Essen leisten, weißt du? Ja, aber ich glaube, das ist wieder so ein Kreisweg jetzt, wenn wir diese Frage in den Raum stellen. Findest du, das sollte legal sein? Absolut. Also ich verstehe schon so ein bisschen diese Grauzone, ja. Dass du was wegwirfst zum Beispiel, ja. Aus Versehen. Das was weiß ich, dein Telefon, was weiß ich. Und du willst es aber noch behalten eigentlich. Und irgendwer packt sich dein Telefon aus dem Müll und sagt dann, hier, ich habe Container, das ist legal. Kann ich schon verstehen, dass du das Recht hast zu sagen, nö, pass auf, das ist meins. Ja gut, aber ist das der Hauptansatz? Weil, also, wenn eine Rewe hinterm Laden irgendwie so einen großen Container hat, dann, huch, wir haben heute eine Tonne Brot weggeschmissen. Das wollten wir gar nicht. Also das wird wahrscheinlich nicht passieren. Es geht ja um die rechtliche Grundlage, so für alle letztendlich. Und da müsste man irgendwie das so eingreifen. Also ich kenne mich auch nicht aus in den Gesetzen. Aber dass man sagt, für Einkaufskonzerne, die Lebensmittel wegwerfen, dass das dann quasi containert werden darf. Beziehungsweise wäre es viel schlauer, wenn man die zwingen würde, das zu spenden. Das macht, glaube ich, Frankreich. Weil, wenn du jetzt sagst, man darf bei Rewe oder bei Edeka, keine Ahnung, in die Container einsteigen, dann ist das hier sozusagen eine Aufforderung zum Einbruch. Und dass dann tausende Menschen dann da stehen und in den Mülleimern da rumkriechen. Man muss das irgendwie eleganter lösen, finde ich. Ja. 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 Aber Container an sich ist ja, also, ich habe noch nie containert an sich. Ich weiß, also, vielleicht habe ich engeren Kontakt mit Leuten, die das halbwegs regelmäßig machen. Vielleicht. Und, ähm, ich, also, ich habe halt sehr viel in diese Richtung gemacht. Sprich, mich illegal auf irgendeinem... Sag's doch, du hast geklaut. Nee, ja, darum geht es nicht zwangsläufig. Es ging jetzt eher darum, dass ich mich nachts auf irgendwelche Gelände geschlichen habe oder Schabernack getrieben habe. Da ist es ja nicht mehr weit zum Container. Und ich habe zum Beispiel mal, da bin ich heutzutage nicht mehr so stolz drauf, ja. Aber ich habe zum Beispiel mal einen Backflip in so einen Container voll mit Brot reingemacht. Ja. Oh. Das war halt Spaß. So, aber, also, ich, ich finde an sich, der Vorgang ist ja auch schon geil. Also, für mich hätte es tatsächlich... Nein, aber das so, so Robin Hood-mäßig da rauszuklauen, sag ich mal. Ja. Für mich hätte das dadurch eher Reiz, als jetzt das Essen an sich zu holen. Obwohl ich es natürlich voll vernünftig finde. Aber ich, ich arbeite noch dran. Ich habe halt auch einfach so ein kleines Problem mit, mit Verfallsdatum und mit, also besonders, was auch so, so Joghurtprodukte und sowas angeht, ja. Da, da fällt es mir echt schwer, irgendwas zu nehmen, was irgendwo schon mal weggeworfen war. Oder wenn das an der Datumsgrenze ist. Bei manchen Sachen kann ich das, bei anderen Sachen, da kriege ich einfach so ein bisschen ein flaues Gefühl im Magen, sag ich mal. Das lockert sich bei mir gerade so ein bisschen auf, dass ich merke, wir hatten erst vor ein paar Tagen so veganes Hack, was schon seit drei Tagen abgelaufen war. Und da hätte ich noch vor zwei, drei Jahren gesagt, ii, das muss weg. Aber wir haben es trotzdem gebraten und haben daraus Bolognese gemacht. Und es hat noch geschmeckt. Und ich glaube, man muss echt genau drauf gucken, was draufsteht. Wenn draufsteht, zu verbrauchen bis, dann würde es echt nicht mehr essen, einen Tag später, das ist ja oftmals bei Fisch, Fleisch und so der Fall, was wir jetzt eh nicht essen, aber das ist der Fall. Wenn aber draufsteht, mindestens haltbar bist, heißt das ja auch nur, dass die Qualität gewährleistet wird bis dahin. Du kannst also noch locker, also kommt drauf an, was es ist, aber so eine Woche kannst du es manchmal noch essen. Ja, da bin ich mir auch, da bin ich auch gewahr, ja, dass das so ist. Aber wie gesagt, bei verschiedenen Sachen, also bei einer, bei einer Konservendose oder so, wenn die einen Monat drüber ist, ist mir das egal. Aber irgendwie ein Käse, der einen Tag drüber ist, da, da bubbert es bei mir schon so ein bisschen, muss ich sagen. Ja, also Käse, finde ich, geht noch so ein paar Tage später. Finde ich jetzt so. Wie gesagt, ich arbeite auch dran, ich arbeite auch dran. Wie ihr hört, liebe Leute, auch wir sind nicht perfekt. Es scheint manchmal so und wir sind nah dran. Es scheint sehr oft so. Wir sind nah dran, aber auch wir haben noch kleine Fehlerchen, die wir beheben können und wir sind gerne offen für eure Vorschläge auf YouTube in den Kommentaren. Sehr schön. Ja, also wir sind uns beide einig, dass es in irgendeiner Form, wenn auch koordiniert, legal sein sollte. Aber dennoch, auch wenn es da noch keine Regelung gibt, finde ich es ja echt nach wie vor dumm, wenn Leute dafür bestraft werden. Ich finde das, also ich glaube, das ist dann auch so teilweise so ein bisschen Kulanz-Ding. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt groß reden schwingen, weil ich nicht in der Position bin, aber wenn ich jetzt Chef von so einer, von so einer Rewe oder sowas wäre und ich würde das mitbekommen, wie da halt abends einer irgendwie mein weggeschmissenes Zeug klaut, ich würde den halt nicht anzeigen. Auch wenn es illegal ist. Und ich glaube, dadurch ist es wenigstens so ein bisschen geregelt, sage ich mal, dass die Moral da eine Rolle spielt. Denn wir, gerade auch wir Deutschen, wir schmeißen viel zu viel weg. Kino. Ja, das stimmt. Es würde mir auch so gehen, tatsächlich hätte ich jetzt einen eigenen Laden und ich würde den Müll wegschmeißen, also würde ich auch da nichts dagegen sagen. Ich glaube, das hat manchmal nur so eine gewisse, ja, so ein Exempel, das man statuieren will, ja, dass man halt nicht will, dass dann tausende Jugendliche da rumlungern. Dass es so ein Hotspot wird, ja, so ein Jugendclub. Ja, so eine Art ist ja Weimar in verschiedenen, nee, in Erfurt, der Musikpark ist ja auch so entstanden, glaube ich. Ach so, ich dachte, du meinst, Weimar ist so ein Hotspot für Müll, wie zum Beispiel Weimar West. Ja, zum Beispiel, ja. Ich dachte ja, in dem Musikpark, das ja auch als Müllhalde offenbar, so wie er auf mich wirkt, entstanden ist. Aber ich glaube, die wollen einfach nicht, dass da tausend Jugendliche davorstehen und da jeden Abend reinkriechen. Und wir müssen auch bedenken, dass die Menschen, die so einen Laden besitzen, dass die auch eine andere Generation sind. Das heißt, dieses Containern, das ist ja erst in den letzten, also für mich in den letzten fünf, sechs Jahren, maximal sieben Jahren gekommen irgendwie. Das ist bewusst worden. Ich glaube, da hat es seinen Hype. Ja, aber vorher haben das bestimmt auch schon Leute gemacht. Ja, schon immer werden Menschen im Müll nach Essen gesucht haben, aber so dass diese, dass auch die privilegierten jungen Studenten, die eigentlich BAföG bekommen und Geld haben. Das ist aus Prinzip Containern. Genau, richtig. Aus moralischen Grund. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, ich Containere nicht, weil ich mir halt Essen leisten kann. Das ist natürlich ein sehr sarkastischer Spruch, aber ich finde es auch, wenn man sich es leisten könnte, also auch ich könnte eigentlich locker Containern und ich hätte da auch an nichts dagegen, aber ich habe es ja bisher einfach nicht gemacht, weil es das nicht ergeben hat. Weil ich mir einbilde, schon relativ gut gucken zu können, was ich kaufe, dass ich nicht zu viel Plastik kaufe und nicht zu viel Quatsch, nicht so viel Nestle-Zeug kaufe und so weiter. Ja, das ist für mich, glaube ich, auch so ein Grund, dass ich schon irgendwie die Auswahl ganz gut finde, weil ich dann doch manchmal ganz spezielle Dinge brauche. Hm. Aber klar, also Containern können ja trotzdem Ergänzung sein, also früher oder später vielleicht... Aber würdest du denn Fleisch essen, was containert wäre? Nee. Nee, nee. Also das erst recht nicht, weil Fleisch halt auch Fleisch ist. Also, nee, nicht weil Fleisch Fleisch ist, sondern weil das halt noch mehr als Käse für mich so dieses, oh Gott, das ist ein Tag drüber, da ist jetzt, da ist jetzt da wortwörtliche Wurm drinne. Ja, das Ding ist ja, dass ab einem gewissen Zeitpunkt dürfen ja die Läden Fleisch und Käse und sowas nicht mehr verkaufen, obwohl es ja noch gar nicht schlecht ist. Ja. Und ich habe auch in Dokus gesehen und kenne auch Freunde, die sich Wurst mitnehmen zum Beispiel aus dem Container und die dann noch essen, obwohl sie auch Vegetarier sind zum Beispiel. Aber die sagen sich, bevor es weggeworfen wird, esse ich halt die Wurst. Ja, das ist dann schon echt hart leider und das will ich jetzt ja auch gar nicht runterreden oder so, weil eigentlich wäre es wahrscheinlich der Way to go. Aber ja, nee, also so weit geht meine Liebe dann doch nicht. Ich hätte dann lieber verhindert, dass dieses Fleisch überhaupt erst existiert, als dass ich mir das jetzt irgendwie notgedrungen reinwirche. Ja, das Ding ist ja, dass das Fleisch schon da ist. Ja, ich weiß, aber nein, also ich opfere mich da nicht. Ich habe keinen Bock, Fleisch zu essen, sorry. Ja, mir geht es aber auch tatsächlich so. Ich bin auch schon von vielen Leuten komisch angesehen worden. Auch wenn Fleisch übrig geblieben ist und kurz vorm Wegschmeißen war, habe ich gesagt, nee, ich will es halt nicht essen, auch wenn es noch gerade frisch gemacht worden ist. Ja. Das ist auch so ein bisschen meine Sperre. Kann ich nachvollziehen. Ja, also ich weiß gar nicht, wie es da jetzt aussieht, ob da in naher Zukunft vielleicht eine Änderung kommt oder nicht. Aber es braucht ja für viele Sachen so ein Umdenken, wie auch zum Beispiel für das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, das ist ja jetzt aktuell. Ich finde das manchmal so ein bisschen frustig, weil man hat so das Gefühl, bei bestimmten Sachen, beim Grundeinkommen würde ich sagen, vielleicht noch nicht, aber bei bestimmten Sachen wissen irgendwie alle, was der richtigere Weg wäre. Aber trotzdem gibt es nicht so dieses gesellschaftliche Umdenken, dass das wirklich quasi passiert. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt durch diese ganze Corona-Krise, dass sich das so ein bisschen ändert in den Köpfen, dass man ja sieht, dass eben doch Homeoffice manchmal eine coole Idee ist, man nicht unbedingt ins Büro muss. Oder dass so eine Art Grundeinkommen oder eine Grundsicherung für jeden schon sinnvoll sein kann. Und wir sehen ja gerade, dass viele Dinge funktionieren in der Gesellschaft, obwohl viele Läden geschlossen haben und obwohl nur die wenigsten Arbeiten gehen. Also es funktioniert ja irgendwie. Man kann das ja kompensieren. Man muss eben gucken, dass man einen langfristigen Weg findet. Vor allem, wenn dein Großraumbüro nicht mehr benutzt werden muss, weil alle von zu Hause aus arbeiten, sparst du ja auch effektiv Geld. Also dieses Geld, was du sparst, das muss ja dann erstmal durch so einen großen Schaden wieder weggemacht werden, der irgendwie existent ist, weil die Leute im Homeoffice arbeiten, in denen ich gerade nicht sehe, diesen Schaden, ein Kumpel von mir sagt auch, wir schweifen ein bisschen vom Thema ab, aber das ist ja hier immer Sinn der Sache, ein Kumpel von mir sagt seit zwei Jahren, ja hier, ich müsste eigentlich Homeoffice machen, weil es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich da hinfahre. Da gibt es nichts, was ich irgendwie besser machen kann als zu Hause. Also bezahlen die ja völlig sinnlos diese Büroräume alleine. Und der Weg dahin und so. Also ich muss sagen, wenn ich einer geregelten Arbeit nachgehe, bin ich schon ganz froh, wenn ich ab und zu von zu Hause rauskomme, ins Büro gehe, da arbeite und dann irgendwie für mich Feierabend machen kann. Es ist zwar ganz cool aktuell, also mache ich auch derzeit so ein bisschen Homeoffice für meine Arbeit, aber an sich zu diesem Punkt auch den Ortswechsel zu haben, ja, hier ist zu Hause, da ist Arbeit, das kann für die Psyche schon von Vorteil sein. Verstehe ich, da ist es natürlich dann wiederum Luxus, wenn du irgendwie ein zweites Zimmer bei dir hast, was du nutzen kannst. Schon alleine das ist ja was wert, oder? Also ein Arbeitszimmer meinst du? Ja. Haben auch die wenigsten und ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ich habe noch keine so große Wohnung, dass ich irgendwie jetzt ein Arbeitszimmer hatte, aber ich kenne Leute, die ein Arbeitszimmer zu Hause haben und die meinten, das reicht denen völlig. Aber vielleicht ist das auch ein Problem von Leuten, die nicht selbstständig sind, weil ich zum Beispiel, ich arbeite ja in dem Sinne seit 10 Jahren oder so in meinem Schlafzimmer. Ja, stimmt. Und ich sehe aktuell nicht so psychische Probleme. Du machst ja quasi auch immer Homeoffice, aber du machst ja auch etwas, was dir wirklich Spaß macht. Du hast ja jetzt auch einen Beruf, der nicht so ist, wie die meisten Berufe sind und du machst es halt schon seit vielen Jahren und ich glaube, das ist was anderes, als wenn du jetzt jemanden hast, der jeden Tag im Büro irgendwelche Lohnrechnungen machen muss, Lohnsteuersachen machen muss. Ich glaube, der ist schon ganz froh, wenn er das abtrennen kann. Ja gut, das ist dann sehr monoton. Und du bist halt selbstständig und du kannst halt selber entscheiden, was du machst. Das kann halt der Auto, Normalauto, der ins Büro fahren muss, das kann der halt nicht. Naja, aber wir sind auf jeden Fall darauf gekommen, weil das gesellschaftliche Umdenken irgendwie noch nicht da ist. Und das finde ich halt, wie gesagt, so ein bisschen bizarr, dass... Also ich würde sagen, ich weiß nicht, ob es da Umfragen gibt, kann ich direkt auch mal googeln, aber wenn du so eine Umfrage machst, da würde ich schon sagen, ich würde jetzt großzügig sagen, zwei Drittel, drei Viertel so in dem Schnitt würden sagen, dass Containern okay ist oder halt weggeschmissen ist, aus Mülleimern holen. So. Und trotzdem ist es noch illegal, obwohl halt der... Also gut, ich sollte es vielleicht überprüfen, aber weißt du, was ich meine? Obwohl gefühlt so die Mehrheit sagt, ja, ist mir egal oder sollte legal sein. Ich weiß nicht, ob das die Mehrheit ist, keine Ahnung, aber du musst ja auch bedenken, dass im Bundestag und in allen Parlamenten ja vor allem alte, weiße Männer sitzen, die mit Containern irgendwelche Obdachlosen verbinden oder irgendwelche Asozialen, die klauen gehen, obwohl das sich ja inzwischen völlig gewandelt hat, das Bild, dass ja inzwischen Containern in allen Gesellschaftsschichten angekommen ist. Und du brauchst halt junge Politiker, die das irgendwie anregen könnten. Ich sehe jetzt auf dem ersten Jahr nicht unbedingt irgendwelche Grafen oder so, das habe ich mir eigentlich erhofft, aber naja, gut. Ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass es zumindest den meisten Leuten bis egal ist, wenn nicht sogar, ja, macht. Bitte. Vielleicht nur in unserer Bubble, in unserer Filterblase. Ja, aber selbst irgendeine asoziale Weimar-West-Oma oder so, wenn die gefragt wird, finden sie das okay, dass Leute aus dem Müll Essen rausholen. Da würde die doch nicht sagen, nee, das geht gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Da würde die doch mindestens sagen, ist mir scheißegal, oder? Kann ich mir auch vorstellen. Ich kann nicht sagen, wie die aktuelle Lage dazu ist oder auch welche Parteien das vielleicht anstoßen wollen, keine Ahnung. Aber für mich wirkt das gerade noch sehr fern, dass man da irgendwas ändert. Na gut. Und ich muss sagen, ich habe neben dem Abitur damals in der Großküche gearbeitet und da gab es halt alles mögliche Pommes, Schnitzel, Currywürste und so weiter. Und da habe ich richtig gemerkt und auch lernen müssen, wie viel eigentlich in der Gastronomie weggeschmissen wird. Dass die, dass Menschen da so völlig leichtfertig umgehen damit, obwohl die für so eine Portion fünf Euro bezahlen für Schnitzel, Pommes mit Salat. Und da kamen manchmal echt volle Teller zurück, die ich dann wegschmeißen musste. Und ich hatte eine Kollegin, der das auch völlig auf den Sack ging. Die war auch so eine grüne Öko-Tante. Und die hat irgendwann angefangen, so Eimer mitzubringen auf Arbeit. Und hat uns dann aufgefordert, uns auszuhilfen, dass wir die Essensreste strikt trennen von Plastiksachen und von Abwischtüchern und so. Und das halt separat in diese Eimer reinfüllen, damit die das an Schweine verfüttern kann. Okay. Das fand ich ja ziemlich cool. Und da hast du dann schon viel, ein ganz anderes Gefühl auf einmal. Ja. Aber wenn ich mir nicht gar sicher bin, ob das so gut ist für die Schweine, wenn die da sich selbst essen müssen, so ein leichter Hang zum Kannibalismus. Die kriegen dann moralische Probleme. Moralische Probleme haben Schweine, glaube ich, nicht. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist für die. Ja. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, eigener Rasse essen ist super lecker. Ah. Ah, schön. Ja, aber es ist ja auch nicht die Gastronomie. Ich habe auch einen Kumpel, der in einer Supermarktkette arbeitet. Und der sagt auch, was da halt teilweise weggeschmissen wird, einfach weil der Kunde es dann auch nicht mehr kauft. Das ist halt echt ultra viel. Das hatte ich einmal bei Edeka, glaube ich, war das. Da wollte ich so eine vegane Salami kaufen. So eine Snack-Salami noch im ganzen Stück. Und an der Kasse ist der Frau aufgefallen, dass das abgelaufen war, weil die da zufällig den Blick drauf geworfen hat. Da meinte sie, ich soll mir einfach Neues nehmen, weil das abgelaufen ist. Da bin ich halt zurück ins Regal. Habe dann gesehen, dass da alle abgelaufen waren. Und da habe ich die Packung mitgenommen und gesagt, die sind alle abgelaufen. Kann ich die einfach irgendwie billiger kaufen? Da hat die gesagt, nee, die müssen wir jetzt wegschmeißen. What? Und da habe ich gesagt, nee, schenkt es einfach mir so. Es war seit zwei Tagen abgelaufen. Das kann man auch voll locker essen. Da hat die gesagt, nee, das muss jetzt weg. Das dürfen wir nicht. Das ist richtig dumm. Solche Sachen, das ist halt auch dumm. Also da ist vor allem dumm, dass dann, dass die Leute so unterwürfig sind. Ich verstehe es auch, wenn du Bande hast um deinen Job. Ich war halt noch nicht in der Position. Ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Aber dass man in so einer Situation nicht einfach sagen kann, hier, ich habe dich nie gesehen. Verpiss dich mit dem Scheiß. Weißt du? Ja, aber ich wollte auch gerade sagen, ich weiß halt nicht, inwiefern das gefährlich für die ist. Und die müssen ja auch nur ihren Regeln nachgehen und so weiter. Ja, aber das ist der Punkt. Das ist halt, das meine ich mit diesem Umdenken irgendwie so. Dass das, dass das nicht selbstverständlich ist, dass dann auch der Chef sagen würde, ey, ja komm, ich habe dich nie gesehen. So, weißt du? Das ist halt einfach dumm. Das ist einfach dumm. Und das ist halt insofern dumm, weil das halt früher oder später meiner optimistischen Meinung nach kommen wird. Weil dann halt alle raffen, dass es so ist. Aber es dauert halt immer. Ja, das ist doch bei vielen Dingen so in der Gesellschaft, dass es dauert, bis sich die guten Sachen durchsetzen. Ja, aber ich meine, also trotzdem wissen wir jetzt alle schon, was besser wäre. Und halten uns aber noch nicht dran, weil es halt irgendwie noch nicht so den entscheidenden Punkt gab, wo es gekippt ist. Ich würde sagen, Robin, wir zwei, wenn der ganze Scheiß vorbei ist, dann machen wir ein richtig schönes Containervideo und machen eine, starten eine Kampagne dafür. Okay. Schön. Schön mit Musik unterlegt und wir, wir verkaufen das dann irgendwie an irgendwelche großen Firmen oder so. Keine Ahnung, was man da machen kann. Ja. Gut, also Tino, das war jetzt aber das Wegschmeißen der, der vielen großen Konzerne da draußen, ne? Genau. Nicht nur die schmeißen ja Geld, äh, Geld weg. Auch du und ich. Was, die schmeißen Geld weg? Da gehe ich doch Containern. Äh, nein, auch du und ich schmeißen was weg. Und ich habe ja noch eine Studie von 2015, ist nicht die alleraktuellste. Ähm, du hast das jetzt nicht auf, aber du hast wahrscheinlich so eine grobe Ahnung. Weißt du, was pro Kopf jedes Jahr weggeworfen wird? Pro Kopf, also ich habe ja so ein paar Statistiken auch gerade vor mir, aber die schließen das eher so auf, irgendwie nach, nach was weggeworfen wird. 34% Gemüse zum Beispiel, aber, warte mal, vielleicht finde ich es ja, finde ich ja eine Zahl. Also ich würde schätzen, es sind schon so ein paar Millionen Tonnen, die weggeworfen werden. Achso, ja, ich meine die jetzt pro Kopf. Achso, pro Kopf. Weiß nicht, ne, weiß nicht, ist echt schwer einzuschätzen. Ja. 40 Kilo oder so. Es sind 75 Kilo. Ui. Und dann mit den Millionen hast du recht, also alleine aus Privathaushalten sind es rund 6 Millionen Tonnen Lebensmittel, die im Müll landen. Ich merke auch gerade, das ist so ein bisschen, normalerweise zwinge ich mich ja irgendwie so eine, so eine kontroverse Gegenmeinung irgendwie auch mal in den Raum zu werfen, ja. Aber gibt es denn überhaupt hier, also, wer sagt denn, dass wegschmeißen geil ist, so. Sag mal, Robin, ein paar Argumente dafür, dass man Lebensmittel wegschmeißen sollte. Und los. Ja, man, man, du solltest dich nicht zwingen, was zu essen, was schlecht ist, weil dann geht es dir schlecht, dann wirst du krank und dann ist der Schaden viel größer, als wenn du dieses eine kleine bisschen Joghurt weggeschmissen hast. Ich weiß es doch nicht. Es ist deine und meine Freiheit, Robin. Es ist unsere Freiheit, Lebensmittel wegzuschmeißen. Wir haben die gekauft, wir haben das Geld ausgegeben. Das stimmt, ich kann mit meinem Lebensmittel machen, was ich will. So ist es doch letztendlich. Also, ich habe meinen Opa mal ausgelacht früher, wenn er Joghurts in sich reingeschaufelt hat, bevor sie weggeschmissen worden sind. Irgendwie so einen Tag vor, bevor es abgelaufen ist, da ist er abends irgendwie im Wohnzimmer, hat sich da zehn Joghurts reingepfiffen mit der Argumentation, ja, morgen müssen wir es wegschmeißen, deswegen esse ich die jetzt alle auf einmal. Ja, stimmt. Aber guck mal, das passt jetzt gar nicht mehr so krass zusammen mit dem, ja, das sind nur alte Leute in der Politik. Ich kenne das auch von meinen Großeltern, dass die halt wirklich auch gezielt so Sachen gekauft haben, die am Datum sind und so. Das sind ja alles Trümmerfrauen und Trümmermänner gewesen. Stimmt eigentlich, ja. Wie passt das denn dann zusammen? Ja, die müssen ja eigentlich wissen, wie wertvoll das ist, ne? Eben. Zu deren Jugend und so gab es halt nicht diesen Überfluss. Und jetzt ist es auf einmal okay, dass man das nicht aus dem Müllalber holt. Oder die alten Menschen können nicht umgehen damit, mit dem Überfluss. Weißt du, dass die es erst noch lernen müssen. Verwöhnte Schweine jetzt. Ja. Ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich sehe jetzt nicht wirklich ernsthaft eine vertretbare Meinung, die irgendwie sagt, ja, schmeiß mal möglichst viel weg. Es ist halt die Bequemlichkeit der Leute, ganz einfach. Ich meine, man kennt so von sich selbst auch, dass man dann guckt, der Kühlschrank ist voll, du hast gerade einkauft und hast keinen Platz und irgendwo findest du eine alte Tomate oder so oder Paprika, Gurke. Dann sagst du dir, ach komm, die ist schon ein bisschen weich, die hau ich jetzt einfach weg. Das gibt es ja auch. Ja, bei mir ist das echt der Punkt, aber das ist halt so ein bisschen schwierig. Meine Mutter hat immer gesagt, iss mit Verstand. Ja. Das ist halt so ein Ding, was alleine für mich schon dumm klingt, ja. Sie hat ja recht, aber manchmal gelingt es dann halt doch nicht, dass man sagt, okay, ich hab da jetzt noch, was weiß ich, eine Gurke. Ja, die ist schon so ein bisschen kringelig. Aber ich will halt gerade ein warmes Mittagessen zum Beispiel. So. Und am nächsten Tag ist die Gurke halt immer noch da. Und dann sagt man, okay, jetzt ist da schon so ein kleiner Schimmelfleck dran oder so. Ja, dann kann sie vielleicht weg. Wenn das schon schimmelt, dann ist es klar. Ja, aber bist du auch jemand, der von einer... Man sollte es ja gar nicht erst dahin kommen lassen. Darum geht es ja. Aber bist du auch jemand, der von einer großen Mahlzeit, die für dich zubereitet worden ist, dass du auch leben kannst davon für ein paar Tage? Oder bist du auch einer, der eher die Abwechslung braucht? Nö, ich liebe das ja. Ich schnippe mir Kartoffeln, Alter, fünf Kilo und dann fressst du drei Tage davon. Ja. Also das ist mir egal. Mir ist halt relativ wichtig, irgendwie mittags was Warmes zu essen. Abends ist es weniger wichtig, aber das gehört für mich schon irgendwie dazu. Aber ja, wie gesagt, das sind so die Punkte, an denen ich dann auch gerne mal scheitere. Ich würde schon sagen, dass ich weniger wegwerfe als der Durchschnitt, aber ja, hier und da. Es ist auch nie, also das Problem habe ich nie, dass ich mir irgendwie zu viel Essen mache und das dann nicht schaffe. Das habe ich wirklich gar nicht, dass dann davon irgendwas weggeschmissen wird. Ne, geht mir auch nicht so. Das ist halt auch für mich irgendwie die Challenge. Ich habe mal, also eigentlich teile ich mir immer so ein Pizzablech, immer zu zweit. Und ich habe dann mal eins gemacht und meinte so, ja, esse ich jetzt mal so eine Pizza, so eine halbe und dann morgen. Und dann habe ich aber die zweite Hälfte doch schon angefangen, weil ich noch Bock hatte. Und dann musste halt das ganze Blech weg, weil das ist ja keine Portion mehr. Und dann habe ich halt so ein ganzes Blech gegessen. Also es ist für mich dann auch schon alleine so eine kleine Challenge, die ganze Portion aufzuessen, die ich dann da aufgetischt habe. Das geht mir auch so. Ich sehe zwar nicht so aus, aber wenn ich mir mittags eine Lasagne mache, ich bin ja in der WG, koche ich auch für mich alleine. Und wenn ich eine Lasagne mache am Mittag, dann esse ich die dann bis zum Abend auf. Weil ich ständig da am Essen bin. Jede Stunde eine Portion, dann ist die weg. Nach ein paar Stunden. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt für mich. Also zum Beispiel irgendwie in der WG zusammen ein gemeinsames Essen kochen, mache ich auch echt ungerne. Also wenn es Pizza ist, die für mich immer geht so, okay. Aber ich will halt einfach da autonom sein, was mein Essen angeht. Weißt du? Und das meinte ich dann mit, ich kann jetzt diese Gurke oder ich will diese Gurke jetzt nicht essen. Obwohl es das Klügste wäre, das zu essen, was am ehesten schlecht wird als nächstes. Da bin ich auch ein bisschen komisch. Ich habe auch keinen Bock mit meinen Mitbewohnern oder irgendwelchen Leuten da zusammen zu kochen. Als ich damals eine WG gesucht habe, da stand dann immer irgendwie, wir machen gemeinsame Spielabende und kochen gemeinsam jeden Abend. Da habe ich gesagt, ne, da ziehe ich nicht ein. Also Spielabende finde ich jetzt nicht schlimm. Da kann ich ja auch zur Not weggehen, aber Essen, was essen muss ich ja. Und wenn ich dann diese Scheiße essen muss, die da irgendwie demokratisch entschieden wird, bin ich raus. Ach, nur ich will meine Freunde einladen, wenn ich Spielabende machen will. Aber so ein gezwungenes Verhältnis mit den Mitbewohnern, es ist bei dir ein bisschen was anderes. Du kennst die ja, mit denen du zusammengezogen bist. Aber wenn ich dann irgendwie in eine neue WG komme, und die kennst du schon ewig. Und dann musst du einen irgendwie auf Freundschaft machen und das ist mir irgendwie nichts. Da bin ich irgendwie komisch. Das muss ich noch so tun, als würde ich diese Menschen mögen. Ja, echt mal. Ja, verstehe ich. Da bin ich ein bisschen soziophob manchmal. Ich will mir das so ein bisschen ausrufen und will kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mich zurückziehe. Das verstehe ich, Tino. Danke. Ist die Frage. Vielleicht können wir hier auch als bessere Menschen rausgehen. Was könnte man vielleicht noch machen, um irgendwie weniger wegzuschmeißen? Also, ich kaufe immer... Ja? Oh, sorry. Was für mich tatsächlich so eine kleine Taktik ist, wie ich mir das auch sehr schmackhaft mache, gerade wenn es irgendwie um sowas wie Gurke geht oder so, ich wams mir halt meine Reste immer auf eine Pizza drauf. Das ist für mich echt ein kleiner Lifehack, wie man weniger wastet. Weil Pizza ist halt, egal was auf einer Pizza ist, Pizza ist halt irgendwie geil so. Ist immer geil, ja. So, und dann hast du halt die Paprika, die so ein bisschen faltig ist. Das ist scheißegal, es wird halt eh im Ofen. Da wird der Schimmel rausgebrannt, ja. So ist es. Fuck egal. Und das ist für mich so ein kleiner Lifehack. Ja, genau. Einfach rein. Völlig zerkocht, völlig zerbraten. Völlig egal. Was ich ganz gerne mache, ist, einfach öfter einkaufen zu gehen, statt einmal einen Wocheneinkauf zu machen. Sondern ich kaufe dann für zwei, drei Tage ein maximal. Und da weiß ich auch, ich kaufe nicht zu viel. Und dann werden auch die Sachen nicht schlecht. Ja, das sehe ich. Weil ich ganz gerne Gemüse auch habe zu Hause. Und wenn ich dann einen Wocheneinkauf mache und dann kaufe ich Paprika und Karotten und das und das. Und dann schaffe ich gar nicht alles zu kochen in der Woche oder in den zwei Wochen. Dann wird es halt auch schlecht. Ja, sehe ich. Aber fühle ich nicht. Also ich mag das nicht so oft, einkaufen zu gehen. Das war auch so ein Punkt für mich. Es ist Corona in der Stadt, ja. Und gefühlt geht Franz auf einmal jeden Tag einkaufen. Ah, ja. Wo man sagt, okay, jetzt vielleicht nur das Nötigste. Und weil er jetzt durch seinen Klinikaufenthalt irgendwie so einen Essensplan hat. Was ich nicht ganz verstehe, weil diese Sachen werden ja auch in drei, vier Tagen nicht schlecht. Auch wenn es irgendwie frisches Obst ist oder was weiß ich. Aber jeden Tag einkaufen gehen, Alter. Einkaufen gehen ist so schon so ein bisschen Aids, ja. Aber jetzt gerade ist es noch viel mehr Aids, finde ich. Dieser spießroten Lauf an diesen Dreckschleudern vorbei. Ja. Bitte bezahlen Sie Bargeld, Louis. Das ist auch so bescheuert, ne. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich verstehe es nicht. Kann mir das jemand erklären? Also ich habe das mit den Einkaufswegen, habe ich verstanden. Ich dachte, da geht es um Hygiene. Aber nein, es geht um Leute zählen. Ach so. Bargeldlos zahlen, dass es schwach sind. Weil du eh deinen Code eingeben musst, ne. Du tippst da. Nein, pass auf. Das mit dem Code eingeben ist halt viel räudiger als einfach mit Bargeld. Pass auf. Ich habe jetzt. Ich bin einmal die Woche bin ich einkaufen. Wenn überhaupt, ja. Das heißt, das Geld, was da drin ist, das habe ich eine Woche nicht angefasst und auch kein anderer. Das heißt, da können keine Keime dran sein. Außer die, die vielleicht von mir jetzt dran kommen, wenn ich das habe, okay. Das hält sich auch nicht, ne. Auf so einer Geldmünze. Genau. Naja, vielleicht bis zu drei Tage kann es ja auf Plastik irgendwie überleben. Ist ja auch egal. Nach drei Tagen ist da spätestens gar nichts mehr dran. Das heißt, dieses Kleingeld fasse ich vielleicht an. Ich könnte es ja auch ausschütten, dann fasse ich es gar nicht an. Und dann kann es aber nicht heißen, oh doch, da sind dann deine Keime dran. Weil meine Keime sind auch an jedem einzelnen Produkt dran. Weil ich es ja in die Hand nehme, um in den Wagen zu legen. Aber auf der Eintippfläche, da sind die ganzen Keime dran von tausend verschiedenen Menschen. Also von dem Kartenlesegerät. Das klingt schon logisch, aber ich dachte, solche Regularien machen Leute, die Ahnung haben. Vielleicht hat es ja noch irgendeine Bewandtnis. Ich weiß es nicht. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass es auch eine Maßnahme ist, um den Verkäufer zu schützen. Hm. Aber gut, ja, ich bin jetzt von mir ausgegangen. Weil ich fasse halt dieses Geld nicht an, theoretisch. Wenn man vorher woanders einkaufen geht, dann ist da ja dieser Kreislauf von, und das hatten viele Leute in der Hand, dieses Geld. Hm. Aber mit meinem Geld, ja, was ich seit einer Woche nicht angefasst habe, ist da nichts. Naja, ich zahle eh fast immer nur mit Geldkarte und selten in bar. Deswegen ist es mir relativ gleich. Aber ich finde es halt furchtbar, dass ich meinen PIN-Code eingeben muss jedes Mal, wenn man doch eh kontaktlos zahlen soll. Dann sollen sie irgendwie für diesen Corona-Zeitpunkt diesen PIN-Code weglassen oder so. Keine Ahnung. Naja, es gibt ja ein paar Karten, wo du einfach nur die Rückseite drauf hältst. Das mache ich ja auch. Trotzdem musst du den PIN-Code eingeben manchmal. Okay. Ich habe so eine Karte. Ich finde es nicht geil. Ich finde es echt nicht geil, muss ich sagen. Ich habe keinen Bock, dass es kein Bargeld mehr endet, weil dann hast du irgendwie gar keinen Gegenwert mehr. Das wird nicht passieren. Dein Wort in Gottes Ohr. Also ich sehe es jetzt gerade auch noch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Deutschland das erste Land wäre, was das einführen würde. Aber ich sage nur, dass ich da prinzipiell keinen Bock drauf habe, weil ich es echt nicht cool finde. Nee, also ich glaube, es kann passieren. Ich finde es auch von daher nicht cool, gerade wenn wir auch von Essen reden und so. Also wenn du nichts in der Hand hast, du gibst doch viel eher mehr Geld aus, als wenn du halt wirklich irgendwie siehst, okay, ich habe jetzt hier 10 Euro in der Tasche. Das wäre jetzt nicht klug, was für 15 Euro in den Wagen zu legen. Also wenn das gewollt ist, dann ist das bestimmt auch ein Argument dafür, dass die Leute mehr Geld ausgeben. Ja. Ich glaube, das ist ganz einfach psychologisch gesehen halt, wenn du weißt, okay, ich habe jetzt hier eine Karte, da sind 1000 Euro drauf, statt irgendwie 50 Euro Bargeld. Da gibst du eher viel aus, glaube ich. Also eines Tages kann es sein, ja. Vielleicht so in 100 Jahren, 200 Jahren. Vielleicht heißt es dann wirklich, es gibt kein Bargeld mehr. Vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass es in den nächsten 20 Jahren passieren wird oder dass da irgendwie jemand Ernsthaftes anstoßen wird. Glaube ich nicht. Das ist doch jetzt schon so pervers, dass Geld hin und her geschoben wird und gesagt wird, ja, hier entsteht jetzt aus dem Nichts einfach mal. Oder diese, wir schweichen echt, Alter, ich kann nicht reden, wir schweifen echt ab. Aber das gehört dazu. Aber so dieses, wir sind verschuldet, aber also dieses Geld existiert ja gar nicht. Nee, nicht wirklich. Also dieses Geld ist weg einfach. Die ganzen Staatsschulden, alleine Amerika, was Amerika für krasse Staatsschulden hat, wo keiner von redet, das Geld existiert nirgends. Das ist ja nirgends im Umlauf. Dann kann man das Geld doch gleich abschaffen. Dann gibt es das Geld wieder. Wenn das nur digital existiert, dann kann man das ganz abschaffen. Vielleicht ist das auch so ein Argument, dass man sagt, okay, wenn jetzt jeder, wenn wir jetzt alle Schulden bar bezahlen würden, wollen, wenn jeder zur Bank geht und sagt, ich will mein Geld abheben und bar auf die Hand bekommen, das geht ja eigentlich gar nicht. Und das wollen sie vielleicht verhindern. Dass sie deswegen überlegen, okay, vielleicht, da das Geld auf den Konten, was virtuell existiert, ja sowieso auch wert, was wert ist und man das sowieso nicht mehr auszahlen kann, schaffen wir einfach das Bargeld ab, weil das Geld, was wir virtuell haben, ja auch funktioniert. Bezahlen wir bald nur noch in unseren Social Credit Points. Wie in China, meinst du? In China, genau, ja. Bargeldlose Zahlungen mit Social Points. Ja, ich fände es halt schwierig, weil da müssen sich die Obdachlosen und Straßenmusiker so EC-Kartenlesegeräte kaufen. Nö, diese Obdachlosen, die verrecken dann halt einfach und zack gibt es keine Obdachlosen mehr. Ach so, siehst du? Die Purge. Ja. Nur sehr langsam. Naja, Tino, ich habe noch ein Thema, was man gut besprechen kann. Ich habe es nur gerade vergessen. Fuck, ach so, ja doch, die moralische Frage von Geldspenden, äh, nicht Geldspenden, äh, Lebensmittelspenden, ist ja so ein Punkt. Jetzt mal angenommen, alles, was wir wegschmeißen, würde man zum Beispiel, ja, es ist immer doof mit diesem Afrika, ne, aber jetzt mal, nicht jedes Land in Afrika ist jetzt so zurückgeblieben, aber ganz viele Leute in, äh, was weiß ich, Äthiopien oder sowas, ist, glaube ich, nicht das allergeilste Land, wo man leben kann. Oder auch, was weiß ich, Venezuela, wo die Armut gerade sehr hoch ist. Gehen wir mal von diesem Afrika weg. So, man würde das spenden, man würde das da rüberschicken. Dann würde unterwegs wahrscheinlich viel auch schon vergammeln. Hm. Aber man würde wahrscheinlich durch den, das, das Stoppen des Hungers mehr Leuten helfen, als man dadurch schadet, weil die dann irgendwie Lebensmittelvergiftung oder sowas kriegen. Aber, also, es wird nicht gemacht. Das Essen kannst du ja einfrieren, bestimmt auch, wenn du es bis nach Venezuela transportieren willst. Ja, aber es ist ja trotzdem, mir geht es jetzt gerade schon trotzdem auch um weggeschmissenes, schrägstrich abgelaufenes Essen. Na, an sich könntest du die Menschheit ernähren mit den ganzen weggeschmissenen Lebensmitteln. Das ist keine Frage. Man müsste irgendwie so ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man eben die Lebensmittelkonzerne zwingt dazu, Sachen zu spenden, die sie wegwerfen, die einfach noch gut sind. Und, das machen ja auch viele mit der Tafel. Also, viele helfen ja auch freiwillig, so wie manche Rewe-Läden, die freiwillig ihre Lebensmittel an die Tafel spenden. Wo dann die... Ja, Tafel ist einfach das eine. Also, mir geht es so ein bisschen um die moralische Frage. Also, das sind so Dinge, wo ich sage, okay, könnte man auch machen, aber macht man nicht, weil es unmoralisch ist. Weißt du, was ich meine? Wenn du, du hast jetzt eine Gruppe, ist ja auch scheißegal, ob die jetzt in Venezuela sitzen oder in Weimar West, aber eine Gruppe von 10.000 Menschen, die hungern alle. Denen gibst du das Essen, was aber abgelaufen ist, dann hungern die Leute nicht mehr, aber, was weiß ich, 200 davon kriegen halt Lebensmittelvergiftung und 10 davon sterben oder sowas. Ja, die müssen ja trotzdem auch in Eigenverantwortung gucken, dass das nicht schlecht ist. Das ist ja bei der Tafel auch nicht anders. Da wird ja auch dann vorher gesagt, wir geben die Lebensmittel ohne Gewehr ab, schauen sie am besten selber nochmal, ob das essbar ist. Besser, als wenn sie gar nichts kriegen würden, die Leute. Ja. Ich glaube, wir sind auch einfach verwöhnt deswegen. Also, wir haben einfach so eine große Auswahl und gefühlt alles ist geil, weißt du? Mir hat mal irgend so ein FDPler gesagt, dass er nicht dafür ist, dass man nach Afrika irgendwelche Lebensmittel spendet, wegen des, des... Der Markt macht das. Der Markt macht das alleine. Erstens das und zweitens wegen des Ausspruchs lerne einem armen Menschen, ne, gebe einem armen Menschen einen Fisch und der ist satt für einen Tag und lehre ihm das Fischen, dann ist er satt sein Leben lang oder so. Aber warum nicht beides? Du kannst ihm ja fischen lernen und ihm trotzdem schon mal einen Fisch hinlegen, damit er Bock hat. Oh, das ist Fisch, Fisch ist aber lecker. Na, dann werde ich jetzt aber mal lernen zu fischen. Ja, ich weiß das. Naja. Ich trotzdem, also wir sind verwöhnt, denn als Beispiel, was hatte ich da gesehen? Ich glaube, war es auch Philippinen oder Thailand oder so, wo es diese komischen... Ich habe vergessen, wie es heißt, aber da wird halt so aus Fleischrest vom Müll, weißt du, da gehen die auf den Müll, auf die Müllkippe und ziehen das Fleisch von den Knochen, die Reste, also wirklich die Rester, kochen das dann ab und zerwürchen das so. Das war, glaube ich, war das in Thailand? Ja, wie die meisten Schulkantinen. Ja, genau. Und das ist dann halt da eine relativ feste Mahlzeit. Wo war denn das? Mein Bruder hat das irgendwie auch gegessen, hat er gesagt. Aha. Aber der war zuletzt nicht auf den Philippinen, also war es, glaube ich, doch Thailand. Halt wirklich irgendwie von den Mülldeponien, wo die Ratten auch an dem Zeug rumfressen, das war dann halt ausgekocht, alles zusammengewürcht und ist dann halt so eine billige Mahlzeit. Und das fressen die da halt die ganze Zeit. Ja, wenn das trotzdem da hart ist? Naja, weiß ich halt nicht. Also ich ekel mich da schon hart vor. Wenn es kein Fleisch wäre, vielleicht ein bisschen weniger, aber trotzdem. Wenn es aber aufkochen, das ganze Zeug und das zusammenmischen und du davon nicht sterben kannst. Ich weiß es halt nicht, inwiefern das nahrhaft ist, wie gesagt. Ob man das wirklich essen kann. Ob das nicht echt so eine Notfallvariante ist. Du würdest essen, regelmäßig essen, wo regelmäßig Ratten dran sind, nur also es ist abgekocht. Ich weiß es halt nicht. Man müsste halt das irgendwie ergründen, und ob das schädlich ist für den Körper. Ja, also mein Punkt ist einfach, die würden wahrscheinlich, wenn die den Kühlschrank voll hätten, würden die aber ihr Tunlichstes tun, um diesen Kühlschrank leer zu fressen, statt da was wegzuschmeißen. Das meinte ich mit, dass wir halt ein bisschen verwöhnt sind, weil wir zum Beispiel keinen Rattenscheiß fressen müssen. Ja, eben. Also, das müssen wir ja auch nicht tun. Also, weiß ich nicht. Warum, wenn das... Klar, ich verstehe das schon irgendwie. Warum müssen wir jetzt Rattenfraßtons nehmen? Nein, müssen wir nicht. Aber wir wissen dadurch, unser gutes Essen weniger zu schätzen. Das sowieso. Das ist richtig. Naja. Ja, wie gesagt, es ist nicht wirklich kontrovers diskutierbar, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie wir es besser machen können. Und wir können darüber reden. Schön. Ja, das, was man ja sowieso schon weiß, dass Lebensmittelverschwendung halt nicht gut ist und dass Menschen verhungern und dass man... Das wird halt jetzt auch seit Jahrzehnten gesagt. Ja, ich weiß, aber... Und der nächste Schritt ist ja zu sagen, also, ich bin ja auch deswegen Vegetarier, Veganer geworden, weil ich eben auch weiß, wie viel verschwendet wird für die Fleischproduktion, wie viel Wasser verschwendet wird, wie viel Sojaprodukte verschwendet werden für die Tiere zum Füttern und so weiter. Wenn man die ganzen Sojafelder, die für die Massentierhaltung angebaut werden, wenn man die für die Menschen einrichten würde, könnten alle Menschen was zu essen haben. Ja. Dann heißt es ja irgendwie immer, ja, ihr Vegetarier, Veganer, ihr seid auch schuld für den Klimawandel, weil die ganzen Sojafelder für euch angebaut werden. Ist halt ein Gegenargument. Also, wie heißt das, ein Eigentor, weil die ganzen Sojafelder ja für die Massentierhaltung sind und nicht für die Veganer. Ja, also, du kriegst ja mehr Menschen mit dem Soja ernährt, als Rinder. Ja, eben. Ja, das ist schon dumm. Wenn man so ein bisschen, ja, ich weiß, es ist immer leicht zu sagen, jeder kann bei sich selbst anfangen, irgendwie ein Regenbeginn mit einem Tropfen, aber es stimmt irgendwie, wenn man selber ein gutes Beispiel ist und man der Industrie zeigt und der Gesellschaft zeigt, dass man sich bewusster ernährt und ein Beispiel ist, dann kann man vielleicht langfristig als Gesellschaft was ändern. Na, wir schauen mal, was jetzt die Corona-Krise mit sich bringt, ob da ein Umdenken passiert. Vielleicht gibt es dann als nächstes mal irgendwie Futterknappheit, dass man sieht, okay, wir brauchen jetzt gar nicht so viel Auswahl, wir brauchen gar nicht 800 verschiedene Schokoladen, fünf verschiedene Reichen vielleicht, so. Hm. Keine Ahnung. Es ist natürlich schön, Auswahl zu haben, aber es gibt ja auch das Paradox of Choice, dass es sich nicht glücklicher macht, wenn du mehr Auswahl hast. Weißt du, wie ich es meine? Hm. Also ich kenne das auch, ich stehe da vom Süßigkeitenregal im Supermarkt, ich weiß genau, ich habe Bock auf was Süßes, dann stehe ich da aber zwei Minuten, weil ich überhaupt nicht weiß, okay, was will ich denn jetzt? Und das als jemand, der eigentlich nicht viel schmeckt, so, dass selbst ich da so lange überlege, weißt du? Ja. Das kann ich verstehen, geht mir jetzt nicht so, also ich genieße schon so ein bisschen, diese Auswahl zu haben, weil ich halt gerne experimentiere und mal was kaufe, was ich noch nicht kenne und so und dann bei anderen Sachen doch meine Marken habe, die ich gerne kaufe. Ja, aber es geht ja auch nicht um alle, aber so im Groben ist es auf jeden Fall ein bekanntes Phänomen, Paradox of Choice, dass es dich nicht besser fühlen lässt, wenn du eine große Auswahl hast, weil, weil, je größer die Auswahl, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, dass du hinterher sagst, oh, hätte ich jetzt mal was anderes genommen, wäre das vielleicht besser gewesen und wenn du aber nur zwei zur Auswahl hast, dann ist dieses Denken unwahrscheinlicher. Weißt du, wie ich es meine? Das ist doch der Preis der Freiheit, denke ich mal. Ja, von mir aus. Klar, also Planwirtschaft und so weiter. Für mich ist das, für mich ist das kein tragisches Problem, so wie ich es nur mal darstellen, aber psychologisch ist das schon vorhanden. Für mich wird es erst zum Problem, wenn das so absurd gedacht wird, dass dann irgendwie die, was weiß ich, die Patienten ihrem Arzt sagen, was sie wollen. Weißt du, ich will halt, dass das in diesen Feldern, ich will halt meine Expertenmeinung, ich will nicht, dass der Patient dann so krass nicht in die Verantwortung kommt, ja doch schon, aber weißt du, da will ich keine Auswahl haben. Ich will, dass mir mein Arzt klare Anweisungen gibt und nicht sagt, ja, sie haben jetzt hier das, das hat diese Nebenwirkung oder das hier, da kann es sein, oh ja. Die einzige Wahl ist, also ich will keine, ich würde gerne Alternative zum Tablettennehmen haben, weil die kann ich nicht so gut nehmen. Aber sonst möchte ich bitte, dass der Arzt mich richtig weghitlert. Hast du keinen Schluckreflex? Ich weiß es nicht, ich habe alles versucht. Es ging mir aber als Kind genauso. Meine Mutter musste mir auch mit meinen Tabletten früher auf so einen großen Löffel drauf tun und dann einweichen und dann aufbröseln. Ja, ich kau die halt. Das soll man eigentlich nicht machen, aber ich weiß nicht warum. Das ist doch völlig Jacke wie Hose, wie du es in den Körper bekommst. Dachte ich immer. Ich vermute, die wirken dann einfach weniger, weil die erst im Magen sich auflösen sollen. Weiß ich nicht. Also im Grunde, ja, in meiner Logik, zerkaust du die und dann kommen die ja trotzdem komplett im Magen an. Nur halt nicht komplett komplett. Ja, ich weiß, also ich weiß nicht, ich habe es als Kind nicht verstanden, aber, ja, ich habe hier noch so ein paar Tipps gerade gefunden, übersichtliche, wie man, was man tun kann zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen. Okay. Soll ich dir mal ganz kurz vortragen, ja, dass wir einen kleinen Mehrwert aus der Folge haben? Ja. Passen Sie auf, checken Sie vor dem Einkauf Ihre Vorräte und kaufen Sie bedarfsgerecht ein. Hm? Ja, nicht hungrig einkaufen, oder? Das ist auch der einfachste Tipp. Aber auch nicht zu satt. Okay. Behalten Sie den Vorrat immer im Blick, damit keine Lebensmittel in Vergessenheit geraten. Mhm. Kann schnell passieren, ja, wenn du irgendwie eine Speisekammer hast oder sowas oder so ein Essensregal, was du nicht immer siehst, kann das schnell mal passieren. Ähm. Werden Sie kreativ, planen Sie Ihre vorhandenen Lebensmittel und Ihre Speisen mit ein. Das mache ich sehr oft, dass ich gucke, was ich noch habe und dann gucke ich, was man daraus bauen kann und es gab mal so eine Art Suchmaschine, da konntest du deine vorhandenen Lebensmittel eingeben und dann wurden so Rezepte generiert. Hm. Hat eine Paprika, eine Zucchini oder Obst eine Delle? Schnell verwerten, bevor das Obst, Gemüse zu schimmeln beginnt. Ja, also wenn was runterfällt, dann fresse ich das auch immer sofort, da zwinge ich mich, weil ich weiß genau, okay, einen Tag später ekele ich mich davor, weil dann irgendwie der Apfel da komplett braun ist auf der Seite oder sowas. Lieber sofort weg. Und das kommende, das kann ich nicht, aber das kenne ich von meiner Oma sehr gut, überreifes Obst kann gut zu Kompott, Marmelade oder im Kuchen verarbeitet werden. Hm. Ja. Das würde ich ja gerne können, aber ich habe das nie versucht. Gehe ich auch bei vielen Sachen mit, braune Bananen zum Beispiel, also Bananen generell esse ich halt nicht so gerne, von daher ist das vielleicht ein Problem, aber braune Bananen ist auf jeden Fall für mich was, was nicht geil ist. Was ich auch sinnvoll finde, ist, ich kaufe ganz gern, also wenn ich in Edeka zum Beispiel gehe, gibt es mal ganz hinten so ein Regal von Sachen, die weggeworfen werden, also die kurz vorm Abnippeln sind und die kaufe ich ganz gerne, auch wenn es mal was mit Milch ist oder was mit Sahne, dann esse ich auch mal was nicht veganes. Oh, Tino, das ist aber schön, dass du dich da opferst. Ja, das tue ich gerne, also Käse essen, das finde ich auch schon okay, sowas mache ich, wenn es vorm Wegwerfen ist, aber würde da jetzt irgendwie die geilste Scheiße, die es gibt, Tino. Was? Die Käse ist die geilste Scheiße, die es gibt. Ja, ich weiß, aber trotzdem ist da Milch drin und da müssen arme Kühe für sterben und ich kenne echt Menschen, die sagen, dass die Milchindustrie und die Eierindustrie schlimmer ist als die Fleischindustrie. Das heißt, dass diejenigen, die... Ja, aber das macht es ja nicht besser. Nee, aber ich habe schon oft gehört, dass sogar, dass das Vegetarismus sexistisch ist. Oh Gott, alter Tino, in welchem Kreis... Was ist... Ich hasse alles. Was ist denn das jetzt? Na, du hast... Warum ist das jetzt schon wieder sexistisch? Was ist denn das für eine Scheiße? Das dachte ich auch zuerst, aber es macht schon so ein bisschen Sinn. Das hat gesagt Charlotte Roche, das ist so eine Autorin, und die sagte, wenn du nur kein Fleisch isst, rettest du quasi nur die männlichen Tiere, aber die weiblichen... Was? Weil die... Ja klar, weil die Männer werden ja geschlachtet, und die weiblichen Tiere, die müssen ja Milch geben und Eier legen und so weiter, und die Männer werden ja entweder geschreddert, wie die Hühnchen, oder die werden halt zu Fleisch verarbeitet, verarbeitet direkt. Tino, das ist Bullshit. Das ist... Das ist richtiger Bullshit, und Charlotte Roche, also bei aller Liebe, das ist Bullshit. Es ist... Es ist faktisch nicht ganz falsch. Faktisch ist das falsch, doch Tino. Denn Sexismus existiert nur... Ja, also klar, sie hat Recht, dass man in der Form halt dann irgendwie ein Geschlecht irgendwie schlechter... Wie auch immer, aber Sexismus ist ja absichtlich in irgendeiner Form aufgrund des Geschlechts anders zu handeln. Aber meine Wahl ist es ja nicht, wer jetzt irgendwie gemolken oder wer geschlachtet wird. Ich will einfach nur das Produkt haben. Ist mir scheißegal, wie das entsteht. Ich esse ja jetzt nicht irgendwie eine Kuh, weil ich sage, oh, das war jetzt eine Frau. Die hat es verdient, gestorben zu sein oder gefressen zu werden oder so. Charlotte Roche. Ja, ich weiß, ich finde diese Aussage auch interessant. Ich wäre darauf auch nie gekommen. Aber ich würde schon sagen, dass Sexismus tatsächlich auch unabsichtlich passieren kann. Auch das gibt es. Es ist... Ich finde schon, dass es faktisch sexistisch ist. Ja, kann auch... Ja, ich weiß ja, was du meinst. Ich kann auch ohne... es zu wissen, irgendwie Frauen halt anders behandeln. So, das ist mir schon klar. Aber das hat... Ich bin ja nicht derjenige, der schlachtet. Ich will ja nur das Produkt. Ja, ich weiß. Das sehe ich hier einfach absolut gar nicht. Ich fand diese Verbindung so interessant. So... Ja, aber das ist der Grund, warum Trump im Amt ist, man. So ein Bullshit. Mann. Ja, sprich. Ja, nichts. Das fand ich halt interessant. Charlotte Roche hat das, glaube ich, gesagt. Ja, 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 ja. Liebe Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob auch ihr Vegetarier sexistisch findet. Ich kotze, Alter. Aber so gesehen... Das waren deine Lifehacks jetzt, oder wie? Ja, aber so gesehen ist es ja echt so, dass wenn du Fleisch isst, werden die Tiere ja relativ schnell verarbeitet. Zu Fleisch, so. Und... Aber die... Aber Milch und Käse, Sahne, Eier und so weiter, das müssen ja die Tiere so lange von sich geben, bis sie krepieren. Ja. Bis sie zusammenbrechen und ganz grausam sterben. Ja. Und darum werden Vegetarier oftmals von Veganern so diskriminiert. Und ich bin auch Teil davon. Ich bin ja auch noch kein Veganer, kein 100-prozentiger. Ich sag's ja nur, um das mal so ins Gewissen zu rufen. Ich als Gutmensch. Aber gut, wir sind jetzt bei der Massentierhaltung. Wenn der Bauer aber irgendwie eine Kuh zu Hause hat, wie ein Haustier quasi, und die ab und zu mal melkt, ist das schon nicht schlimm, oder? Nee, in dem kleinen Rahmen nicht. Aber es geht ja echt so um dieses Massenherz. Ja, aber gut, wenn man da aber die Wahl hat, jetzt lass uns das mal weiterdenken. Wenn der Bauer dann wiederum die Kuh schlachtet, ist es schon weniger cool, oder? Also außer, wenn sie natürlich irgendwie am Lebensende ist oder sowas. Im Kleinen kann man sagen, ist das, es ist insgesamt so eine Art, so eine X-Kurve, weißt du? Es ist im Kleinen ist es schlimmer, das Tier zu schlachten und weniger schlimm, es zu melken. Aber je mehr man das tut, desto schlimmer wird's dann, oder je besser wird's, weißt du? Dass dann die, eine Massentierhaltung ist, ja, weißt du, was ich meine? Hä? Naja. Im Kleinen ja, aber im Großen nicht. Ja, aber ich lass mir das halt auch nicht nehmen, also das ist, das ist halt auch irgendwie Whataboutism oder was auch immer, also, also lieber, ich mach's ja, ich hab's ja auch ursprünglich, also auch jetzt, ich mach's ja gar nicht hauptsächlich, weil ich sage, äh, ja, hier, die armen Tiere oder so, sondern ich hab hier mit vegetarischer Ernährung angefangen, weil es mich einfach angeekelt hat, Leiche zu essen, so. Ja. Da hab ich nicht gesagt, oh, jetzt mach ich aber hier, jetzt kommt da mal mal der große moralische Umschwung, so war's nicht, also gut, ist es ja schon, aber es war halt nicht so dieses, ich esse jetzt kein Fleisch wegen Massentierhaltung oder so, sondern einfach, weil es mich halt angeekelt hat, also schon irgendwie, es ist schon irgendwie moralisch, aber es ist nicht dieses, weißt du ja, wie ich's meine, so, ne? so fing's bei mir auch an, ja. Jo, und da, da lass ich mir jetzt auch nicht nehmen, so, also meine vegetarische Ernährung ist immer noch besser, als nicht vegetarische Ernährung, wenn's jetzt um moralische oder Essensverschwendung oder was auch immer, oder weißt du, grundloses Tiersterben oder Massentierhaltung, da ist ja immer, jedes bisschen ist ja besser als nichts, so. Ja, das ist ja auch so. Ja, aber du könntest noch einen Step weiter, ja, du könntest noch einen Step weiter, dann komm mal nämlich wirklich irgendwann dabei an, ja, dann ist halt nichts, was einen Schatten wirft, so. Das kannst du immer weiter denken. Von mir aus, mach das sehr gerne, wer da Bock drauf hat, aber bis dahin, sag ich, alles ist besser als nichts machen, so. Ja, das ist ja auch so, selbst wenn man sagt, man isst nur noch einmal die Woche Fleisch oder so und nicht mehr zu jeder Mahlzeit, hat man ja schon was Gutes getan. Das ist ja auch so. Na gut. Sexistisch, Alter, so eine Scheiße. Tino, du solltest echt nicht mehr so viel mit deinen komischen Schauspielkollegen rumhängen, die sind alle dumm. Mach ich dir derzeit nicht, ich bin ja auch in Quarantäne. Ja, scheint ja nicht gut zu tun. Sexistisch, ich, ich, ich trinke eine sexistische Milch, ey, ich kotze. Vor allem trinke ich ja zur Zeit eh nur Vanille, Soja, Milch. Das finde ich gut, das finde ich gut. Aber da geht es auch darum, dass ich, ich habe so das Gefühl, also es ist ja, wir sind das einzige Säugetier, was andere Säugetiere Milch zu sich nimmt. Von daher ist das jetzt auch nicht abwegig, dass das einfach nicht so geil ist. Ja eben. Ich merke halt bei normaler Milch einfach so ein flaues Gefühl im Magen. Und ich habe, also Milch habe ich auch schon strategisch angewandt. Ich habe eine Krankschreibung gebraucht und habe dann früh vor dem Arzt mir einen halben Liter Milch reingezogen und bin dann übelst verrotzt da rein. Also diesen Effekt hat halt Milch auch, dass es dich übelst zuschleimt. Also bei mir zumindest. Echt? Ich bin wahrscheinlich nicht der einzige, aber. Ja, das wusste ich gar nicht. Ich war halt echt kerngesund und habe da mir so eine Packung Milch reingepfiffen und bin dann völlig verrotzt beim Arzt gewesen. War richtig gut. Ach, du musst nur gut schauspielen können. Und das passiert halt bei Sojamilch, glaube ich nicht. Du musst nur gut schauspielen können. Ich habe ja auch schon krank schalten lassen, obwohl ich gesund war. Ja, da war ich 16 oder so. Ja klar, als Schüler, ja. Jede Hilfe. Naja, was geht mal in der Woche, Tino? Ja, wie gesagt, es ist kein Thema, was man kontrovers diskutieren kann, meiner Meinung nach. Okay, wir hatten jetzt schon ein paar Eckpunkte. Gut, dass du nochmal die sexistische Milch rausgeholt hast, sonst hätten wir uns gar nicht gestritten. Richtig. Nur deswegen habe ich es ja hervorgeholt. Ja. Ja, aber sonst, wie gesagt, da sind sich doch alle einig, dass irgendwie Sachen wegschmeißen dumm ist. Und ich sehe auch gerade hier, das fängt ja auch nur bei Lebensmitteln an. Es gibt ja auch so viele Spielsachen und so, die auch weggeschmissen werden. Das ist ja auch alles Quatsch. Ja, Elektronik und so weiter, Plastik, alles Mögliche. Und ich sehe auch gerade hier, dass tatsächlich der größte Punkt ist, wo Lebensmittel weggeworfen wird, sinnlos, das sind Haushalte, so 40%. So Gastronomie, Handel und so, die sind relativ klein vertreten mit 18% ungefähr, 18 bis 15%. 18 ist echt wenig, hätte ich gedacht, das ist mehr. Also Gastronomie 18%, Handel 14%, Verarbeitungsprozesse 14%, Landwirtschaft 14% und dann Haushalte 40%. Das ist schon hart. Und da geht es auch nur um Lebensmittel alleine, ja? Das ist jetzt nicht Müll generell. Genau, wer ist an Lebensmittelabfällen beteiligt? Okay. Stimmt drüber. Ja, hart. Also Leute, es ist unsere Verantwortung, macht mal eine Challenge, mal eine Woche gar nichts wegschmeißen. Das ist hart. Und einfach mal weniger einkaufen gehen, also weniger kaufen und mal gucken, wie man damit klarkommt, wie weit man kommt mit weniger einkaufen. Ja, also ich mag meine Challenge von wegen Resterverwertung durch Pizza oder ähnliches. Was ich jetzt auch zum Beispiel Hitman, guter Moderator von mir auf Twitch, guter Mann, was der mir gezeigt hat, wie geil man noch den Strunk von Brokkoli zum Beispiel machen kann. Den habe ich vorher nicht verwendet. Ich auch nicht. Was macht man daraus? Na, du machst halt einfach die Rinde ab. Da kaufe ich auch im Laden jetzt quasi schon mit Absicht die, die so einen dickeren Strunk haben, damit da mehr ist. Machst so ein bisschen, also wirklich so, was weiß ich, ein Viertelzentimeter, so zwei, drei Millimeter, schneidest du halt dieses härtere so ein bisschen ab. Dann schneidest du das längst in so Sticks und kochst das einfach in gesalzenem Wasser. Ist richtig geil. Aha, gut zu wissen, weil wir haben letztens auch Brokkoli gemacht und das dann weggeworfen, den Stiel da unten. Ja, muss nicht sein. Muss man halt nur wissen. Geist. Ja, ist natürlich, also, wenn dann irgendwie, wenn ich Kartoffeln mache, weißt du, dass ich nicht sinnlos einfach nur so wegen so fünf kleinen Sticks dann irgendwie einen Topf anschmeiße. Aber so, wenn man eh kocht, das da mit reinwerfen, super geil. Voll sinnvoll. Man kann alles noch verwerten. Also vieles. Ja. Schön. Dann auf jeden Fall, Jonas, danke für dich, an dich, von uns, fürs Kaufen dieses Hörerwunsch. Ich hoffe, es war für dich okay, auch wenn das jetzt, aber ich meine mal, wenn man so einen Hörerwunsch kauft, wird man wahrscheinlich auch eine ziemlich eindeutige Meinung dazu haben. Ich denke mal nicht, dass Jonas gerne Lebensmittel wegschmeißt. Vielleicht ja schon. Er hat vielleicht versucht, sich zu überzeugen, hat es nicht geschafft durch sich selbst und hofft jetzt durch unsere weißen Worte und durch unsere Klubwürdigkeit, dass er zu einem besseren Pfad geführt werden kann. Ich hoffe es auch. Danke, Jonas. Du bist sehr gut. Danke auf jeden Fall fürs Kaufen des Hörerwunschs. Wenn ihr da draußen das auch haben wollt, ganz einfach, geht doch mal auf PayPal, ja, und überweist uns einfach mal 20 Euronen, 10 Euro Stundenlohn pro Person. Das ist toll. Ihr könnt natürlich auch mehr bezahlen. Das ist auch gern gesehen. Ja, so ist es nicht. Aber 20 wäre so, wäre so, ja, Armutsgrenze. Das wäre schön, ja. Und dann ein Thema eurer Wahl dazu schreiben und dann bekommt ihr das. Wir sprechen über alles, versprochen. Mindestens eine Stunde. Yes. Gut. Dann, Tino. Das war ganz schön. Hat mir Spaß gemacht. Jetzt habe ich Hunger. Okay, gönn dir. Tschüss. Tschüss, Jonas. Tschüss, alle. Oh, die Musik ist so laut. Oh, wenn die Römer Platz so hat. Tschüss. Tschüss. あー. IKA much fun. Okay,